No, ich hab auch Gebüter. Jetzt der klassische Ausmeldet-No-Scope. Oh Gott! Oh mein Gott! Wie war das? Was ich dir mit ansage? Wie nice war das denn? Das war ja schon dezent krank. Haben wir hier gar nicht traden oder so? 2-4-1, let's go! Wo ist es? Und Triple Choke! Nein! Latscher! Wo ist der Trimble? Da wäre der Over gewesen und Killdeck! Das ist das... Oh, let's go! Das ist ein Triple! Oh, let's go! Ohohohoho! Bro! Oh yes, wieder Headshot durch den Lift. Ja, aber langsam kann ich nicht gern wissen wollen. Oh god, nice Trip! Wo ist der Ober? Einer kommt über den Rechtsgriff. Kappt nicht, oder? Kappt nicht noch einer? Ja, ich möchte den. Kappt Double. Nice. Tripel sehe ich leider nicht. Oh! Let's go! Tripel? Leider nicht mehr, aber er war sweet. Sehr schön. Hier. Let's go! Gut. Two for one! Yes! Aha! Woohoohoo! Oh, jetzt ist H10. H10 gehe ich scheißen und dann legen die den Controller hin. Oder keine Ahnung, man. Ich weiß nicht, was da geht. Oh, yes! Wo ist Triple? Ja, das ist die Ecke. Ich bin ein Knapp. Ich bin ein Knapp. Da ist ein Knapp. Was? Oh, ich bin ein Knapp. Oh! Das Headset habe ich gesehen! Ruhig Blut, Junge! Vielen Dank.